Die Immobilienpreise fallen und fallen, das ist zumindest der Wunschtraum von Käufern, die jetzt die große Gelegenheit zum Kauf wittern. Aber wie lange sollen sie noch warten? Heißt es doch, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Erste Indikatoren deuten jetzt auf eine Stabilisierung der Abwärtsspirale hin. Die Stimmung am Markt für Wohnimmobilien hält sich sichtlich auf. War es das jetzt mit der Krise? Haben Käufer ihre Chance verpasst? Oder sehen wir nur einen Zwischenboden und der Abwärtstrend setzt sich fort? Das ist mein Thema heute. Ich rede über die neuen Zahlen, berichte Ihnen über die Stimmung im Markt und interpretiere einzelne Aussagen von Marktteilnehmern. Zum Schluss sehen wir uns dann beide Szenarien an. A. Der Markt dreht nach oben. B. Es geht weiter abwärts. Bilden Sie sich dann Ihre eigene Meinung. Okay, der Slogan gehört vielleicht woanders hin, aber bleiben Sie einfach dran. Tut sich da was bei den Immobilienpreisen der VDP? Immobilienpreisindex ist da der Immobilienpreisindex der deutschen Pfandbriefbanken. Zwar geht es weiter runter, aber nur noch marginal im zweiten Quartal 23. Der Index verliert für ein und zwei Familienhäuser ein halbes Prozent und korrigiert auf einen Indexwert von 190,2 verglichen mit 191,2 im ersten Quartal 23. Damit ist der Index verglichen mit dem Ende letzten Jahres knapp drei Prozent leichter. Von den Höchstständen, die im dritten Quartal 22 gemessen worden sind, sind wir im Moment 4,2 Prozent entfernt, allerdings bei geringen Umsätzen. Dazu kommen wir gleich noch. Noch deutlicher ist die Entwicklung bei den Eigentumswohnungen. Verglichen mit dem letzten Quartal fällt der Indexwert hier nur noch um 0,2 Prozent von 193,2 auf 193 glatt. Die steigenden Mieten stützen das Segment Eigentumswohnungen. Trotzdem haben wir natürlich im Vergleich zum Hoch im dritten Quartal 22 um rund 5 Prozent korrigiert. Auf YouTube blende ich Ihnen die Zahlen, die die Grafik der deutschen Pfandbriefbanken zeigt, mal ein. Hören Sie den Podcast, können Sie den Link zum Beitrag wählen. Die kumulierten Graphen sehen Sie in Rot. Die Entwicklung von Ein- und Zweifamilienhäusern in Blau und Eigentumswohnungen sind in Rot-Blau abgetragen. Und dann schauen Sie sich das mal an, das Verhältnis. Ich wiederhole das nochmal, wir sind jetzt um 5 Prozent gefallen seit den Höchstständen bei Eigentumswohnungen und um 4 Prozent bei Ein- und Zweifamilienhäusern. Also wir reden gerade über den Bereich hier oben, da oben, die letzte Ecke, oben rechts zum Vergleich. Jetzt zeige ich Ihnen mal einen DAX-Chart, auch mit Beginn 2003. Sehen Sie die gerade Linie, sehen Sie diese etlichen Einbrüche häufig weit mehr als 5 Prozent und trotzdem vertrauen viele Menschen noch in Aktien. Wenn die Aktionäre es allerdings nicht gewohnt wären, dass es ab und an auch mal 3, 4, 5, 10 Prozent nach unten geht, sondern jetzt über die letzten 10 Jahre natürlich kontinuierliche Preissteigerungen erlebt hätten ohne einen Knick nach unten, dann wären die jetzt vermutlich ähnlich nervös wie viele Immobilieneigentümer, die sich Sorgen um die fallenden Preise machen. Es ist nun mal das erste Mal in 10 Jahren, dass der Immobilieneigentümer mal merkt, dass das Asset-Immobilie keine Einbahnstraße ist. In meinem Umfeld formieren sich jetzt zwei Blasen. Nennen wir sie mal die Optimisten und die Pessimisten, von denen hatte ich ja schon häufiger mal gesprochen. Die Pessimisten sagen also, ja, das ist jetzt nur eine kurze Entspannung und danach geht es weiter nach unten. Man hört ja nur schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft, jeder macht sich Sorgen. Wo sollen die Käufer herkommen, die jetzt in den Markt reinkaufen? Unter denen ist im Übrigen auch einer meiner beiden Freunde, die nach Immobilien in Frankfurt Sachsenhausen suchen. Von denen hatte ich Ihnen ja letztes Mal erzählt. Da muss es jetzt also unbedingt noch weiter runtergehen. Das ist ja nur eine Zwischenberuhigung, die einige Käufer abfrühstückt, die halt unbedingt kaufen wollen, sagt er. Ja, vielleicht ist da der Wunsch der Vater des Gedanken. Diejenigen Investoren, mit denen ich rede, die mehrere hundert Wohnungen im Bestand haben, mehrere hundert Einheiten, ja, man könnte sie als professionelle Immobilieninvestoren bezeichnen, äußern sich jetzt auch schon wieder positiv. Da können Sie natürlich jetzt sagen, okay, das ist natürlich der Wunsch der Vater des Gedanken, ja, weil wenn Sie denn auch Immobilien haben, dann müssen Sie ja auch auf höhere Preise wieder hoffen. Im Vergleich zu dem anderen Kollegen, der jetzt sagt, ich habe keine Immobilie, ich hoffe natürlich darauf, dass die Preise weiter fallen. Ja, das kann man so interpretieren. Man kann aber auch interpretieren, dass diejenigen, die sich professionell mit Immobilien befassen, eher auch mal sehen, wenn es dann doch wieder hoch geht. Und da sind natürlich auch viele Meldungen im Markt, also erinnern Sie sich auch mal tatsächlich an mich selber. Ich hatte ja auch einen Beitrag gemacht vor einigen Wochen und den Standpunkt des Pessimisten angenommen und gefragt, na, wo sollen denn die Nachrichten herkommen? Heute stelle ich mich entsprechend der aktuellen Nachrichtenlage und meiner ganz subjektiven Empfindung aus den letzten paar Wochen mal auf die andere Seite. Da gab es gute Nachrichten, Sprengnetter prognostiziert beispielsweise einen Preiswendepunkt am Markt für Wohnimmobilien. Christian Sauerborn von Sprengnetter sagt, Zitat, die nahezu stagnierenden Preise deuten darauf hin, dass wir die Talsohle erreicht haben, Zitat Ende. Die Bewertungsexperten von Sprengnetter beobachten im Augenblick kaum noch Ausschläge. Das ist ein Artikel von Haufe, den ich Ihnen hier auch wieder verlinke. Und da sagen Sie, sehen Sie ja mit eigenen Daten die ähnliche Entwicklung, die auch die Pfandbriefbanken sehen. Der Immobilienbewerter macht hier eine weite Klammer auf und geht ins Detail. Das hat mir hier sehr gut gefallen. Die Analysten beobachten nämlich wegen den politisch gewollten Sanierungsmaßnahmen jetzt Einfamilienhäuser mit Baujahr bis 1990 und mit Baujahr ab 1990. Sie erinnern sich, ich hatte vor einigen Folgen das ja schon mal angesprochen. Ich selbst hatte die Linie eher bei der Jahrtausendwende gezogen. Aber gut, Sprengnetter sieht es halt bei 1990, die Linie. Hier sagen Sie allerdings, während sich die Preise für sanierte Einfamilienhäuser stabilisieren, sind die Preise für unsanierte Einfamilienhäuser, Zitat, in den vergangenen vier Quartalen um 11,4 Prozent gefallen. Das logische Ergebnis, die Schere, die Preisschere zwischen sanierten oder sanierbaren und nicht, ja in Klammern kostengünstig sanierbaren Einfamilienhäusern weitet sich. Der Experte dazu, Zitat, ältere nicht modernisierte Objekte entwickeln sich weiterhin signifikant schlechter als die modernisierten, Zitat Ende. Auch das deckt sich mit zahlreichen O-Tönen und mit meiner persönlichen Beobachtung. Wer im Augenblick in den Altbestand reingeht, der macht Angebote mit signifikanten Abschlägen. Und hier gibt es auch einige wenige Verkäufer, die die Offerten dann annehmen. Und so kommen dann bei einzelnen Gebäudeklassen durchaus auch schon mal Abschläge im Hoch mit bis zu 30 Prozent zustande. Und wenn sie jetzt YouTube aufmachen, dann höre ich also pauschale Statements von Immobilieninfluencern. Ja, der Markt korrigiert um 30 Prozent, das weiß ich, weil ich selbst entsprechende Deals gemacht habe, sagt da der eine. Okay, das war halt der eine Deal oder halt auch mal ein zweiter. Die Mehrheit der Eigentümer tut es den Käufern allerdings im Augenblick gleich und macht einfach gar nichts. Das erkennen sie im Übrigen daran, dass die Makler im Moment aufgeregt von Ecke zu Ecke rennen und Immobilienkrise, Immobilienkrise schreien. Für die Makler ist es nämlich tatsächlich problematisch, weil die nicht vom Wert oder vom Cashflow der Immobilie leben, sondern von der Transaktion. Woran merkt man, dass der Immobilienmarkt im Sommer praktisch stillsteht? Genau, es werden keine Baufinanzierungen abgeschlossen. Das habe ich aus dem Markt gehört. Da erzählte mir vor einigen Wochen ein Baufinanzierungsberater der Sparkasse, nennen wir sie Hintertupfingen, den ich noch aus guten Schulzeiten kenne, dass sie in den letzten zwei Wochen, also insgesamt einen Jahr eins, neuen Kreditantrag bekommen hätten. Und das bedeutet dann, die eine Transaktion, die der Immobilieninfluencer hier abgeschlossen hat, die ja hier erwähnt, die haut halt viel mehr rein in dem zähen Marktumfeld, in dem gar nichts geht, als im liquideren, liquider, weil Immobilien ja nie liquide sind im liquideren Markt. Jetzt bekommen wir also am 16.08., also vorgestern, die Meldung vom Handelsblatt. Geschäft mit Baufinanzierung leicht gestiegen. Das Handelsblatt bezieht sich auf die Daten der Bundesbank. Im März 2022, also im Hoch, lag das Neugeschäft bei Baufinanzierung bei etwa 32 Milliarden. Jetzt im Moment stabilisieren wir uns zwar aber auf einem Level von 13 bis 15 Milliarden. Das ist nur noch ein Drittel bis maximal 40 Prozent von den Höchstständen, die wir gesehen haben. Das Handelsblatt zitiert außerdem eine Umfrage von Sparkassenmanagern, sowie eine Aussage der Commerzbank, der Analyst in das Handelsblatt befragt, sieht hier eine Stabilisierung in Kombination mit den steigenden Mieten als positives Zeichen. Wohnimmobilien werden aus Sicht des PwC-Analysten wieder attraktiver. Also was haben wir bis hierhin? Wir haben die Pessimisten, die glauben, dass die Preise weiter fallen. Ihre Gründe im Moment. Schlechte Wirtschaftsperspektive, dadurch Kaufzurückhaltung. Potenziell weiter steigende Zinsen. Hier habe ich zum Beispiel im Podcast von der, ich glaube, das war die FAZ, ich gebe das hier aber unter dem Beitrag mal an, einen Experten gehört, der einen weiteren Zinsanstieg prognostiziert. Das finde ich deswegen spannend, weil die viele Ökonomen doch davon ausgehen, dass wir die Zinsen jetzt am Hoch gesehen haben. Mittel bis langfristig bliebe dann das Argument einer schlecht laufenden Wirtschaft weiterhin bestehen. Potenziell irgendwann mal gestoppt der Zuzug bei gleichzeitiger Überalterung der deutschen Bevölkerung würde den Druck auf den Immobilienmarkt im Segment Wohnen perspektivisch mindern. Dieses Statement habe ich von dem bewussten Immobilieninfluencer gehört, auf den werde ich in einer weiteren Folge doch auch bald mal eingehen. Das fand ich deswegen interessant, weil ich diese Argumentationskette in meinen Modellen bisher nicht berücksichtigt hatte. Jedoch ist diese Ausführung aus meiner Sicht sehr allgemein gehalten, weil der Zuzug im Mietmarkt nur auf das sehr günstige Segment drückt und auch nur in städten und stadtnahen Gebieten. Pessimisten fürchten außerdem noch weitere Schocks, die die Nachfrage kurzfristig oder mittelfristig weiter abwürgen. Da reden wir dann über dieselben Leute, die Angst haben vor dem Untergang des Euro, vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten, vor großflächigen Bankenpleiten, vor Klima-Lockdowns, genau im Übrigen wie vor dem Klimakollaps oder vor weiteren Schreckensszenarien. All dies fürchten sie. Das kann man in diesen Zeiten natürlich machen. Jetzt fällt nur in der Rückschau auf, dass häufig die vorhergesagten Schreckensszenarien dann doch nicht so oder zumindest nicht so gravierend eingetreten sind. Die Optimisten, mit denen ich rede, glauben dagegen im Moment an eine Stabilisierung des Zinsanstiegs und ein Anspringen der Nachfrage. Der Markt für Wohnimmobilien hätte den Zinsschock dann Anfang, Mitte 2024 verarbeitet, was könnte also zu positiven Treibern werden. Weitersteigende Mieten machen trotz der gestiegenen Zinsen wieder potenzielle Käufer indifferent und drücken sie weg von der Miete in Richtung Kauf. Klar, wenn es für den potenziellen Käufer teurer wird zu mieten, dann vergleicht er die höhere Miete mit der zwar gestiegenen Kreditrate, die dann aber doch wieder attraktiver wird. Die Diskussion um Klimamaßnahmen im Gebäudesektor könnten sich auflösen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich sehe. Zunächst könnte bis Ende des Jahres Planungssicherheit gewonnen werden. Das würde potenziellen Käufern, die sich Sorgen um diese Klimamaßnahmen machen, dann doch etwas helfen. Wenn die deutsche Öffentlichkeit das Klimaproblem allerdings global begreift, aber dann realisiert, dass andere Länder, zum Beispiel die BRICS, USA, Italien, die Thematik weniger zielführend und einschneidend, wirtschaftlich einschneidend für die dortige Bevölkerung angehen, als man es hier tut, dann könnten pragmatische Lösungen in den Vordergrund treten. Die Angst vor dem Kauf eines alten Gebäudebestands könnte sich dann bei Käufern wieder verflüchtigen. Wir reden hier allerdings aus meiner Sicht von einem Zeitraum, der über die nächste Bundestagswahl hinausläuft. Also 2025 plus. Tritt dieses Szenario ein, würden Gebäude, die jetzt deswegen abwerten, dann die aktuellen Bereinigungen korrigieren. Der beschriebene Immobilieninfluencer würde auf seine 30% billiger gekaufte Immobilie dann eventuell einen Wertzuwachs von vielleicht 20% erleben. Das ist natürlich ein Zock. Das ist allerdings schon ein Zock, den ich bei einigen Investoren aus meinem Kundenkreis sehe. Davon habe ich Ihnen ja auch schon hin und wieder mal erzählt. Wenn Sie also jetzt gerade Altbestand loswerden möchten, dann rufen Sie mich doch mal an, kontaktieren Sie mich auf dem Link unter dem Beitrag. Die Käufer sind kaufbereit. Sie wetten also praktisch gegen den Erfolg und die faktische Umsetzung der Maßnahmen für Klimaschutz im Wohngebäudesektor. Sie sagen, wir kaufen uns das jetzt ein, die Einschränkungen und die Kosten werden nicht so gravierend wie im Augenblick diskutiert. Ja, und natürlich könnte auch generell wieder eine positivere ökonomische Entwicklung einsetzen. Bedenken Sie, dass die Konjunktur aus Zyklen besteht. Wir wissen nur nie, wie lange die Hosse oder wie lange die Bess dauert. Aber wie Sie gemerkt haben, halte ich Sie über meinen Podcast und auf meinen Webseiten ja immer auf dem Laufenden und berichte Ihnen fast von allem, was ich erfahre. Fast, ja fast, für den ganz heißen Shit, der Shit, der brennt wie Feuer oder naja, vielleicht wie abgelassenes Flugbenzin, müssen Sie entweder Kunde werden oder Sie tragen sich in die Mailingliste ein für die Marktberichte. Den Link finden Sie unter dem Beitrag. Apropos Flugbenzin, bedenken Sie, dass Sie sich natürlich mit dem Hören meines Podcasts praktisch ständig mit dem Immobilienmarkt befassen. Aber es gibt noch eine ganze Reihe an Käufern im Markt, die trotzdem kaufen und kaufen möchten und die sich gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken machen. Die schauen einfach, finde ich das, was zu mir passt und was ich mir leisten kann. Und diese Käufer, die haben dann noch gar nicht so wahnsinnig viel von der Diskussion um steigende Zinsen, fallende Preise, Laber, Rhabarber mitbekommen. Jetzt komme ich zum Flugbenzin. Ich hatte da einen alten Bekannten letzte Woche getroffen. Er ist Pilot bei Lufthansa. Der hat ordentlich Eigenkapital und braucht sich um die Kreditfinanzierung deshalb nicht wirklich Sorgen zu machen. Und er sucht, wie er sagt, etwas Schönes zum Wohnen. Also wir reden hier von einem netten Einfamilienhaus oder einer Doppelhaushälfte Rheinhaus in der Region Rhein-Main, idealerweise in der Richtung Taunus, also Bad Homburg über Urselkronenberg-Königstein. Wenn Sie nun, der, die, der Sie gerade zuhören, aus diesem Gebiet kommen und eine entsprechende Immobilie anzubieten haben oder eine wissen, dann rufen Sie mich doch unbedingt mal an oder schreiben Sie mir eine E-Mail, kontaktieren Sie mich auf jeden Fall. Ja, genau, diese Käufer, die werden weniger getrieben von den großen makroökonomischen Strömungen rund um die Immobilie, sondern nur von den Auswirkungen. Kommt das passende Objekt bei mir vorbei, ja, dann kauft er, nein, dann kauft er eben nicht. Und das ist für mich eins der stichhaltigsten Argumente überhaupt. Die Situation am Markt kann sich schnell drehen, sobald die im Land herrschende Gesamtstimmung wieder aufklart, die also nun mal im letzten Jahr wirklich nicht gut war. Stellen Sie sich also vor, wo wir nächstes Jahr sein werden, wenn sich der Ukraine-Krieg auflöst, wenn sich die Inflation beruhigt und wenn sich die Zinsen entspannen, wenn die ganze Wirtschaft wieder anzieht. Und mit diesen Visionen von einem besseren Morgen wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Wenn Sie eine Immobilie in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main zu verkaufen oder zu vermieten haben, dann rufen Sie mich an.